Konos Konvoi! Wie ist der Status? Ende! Willkommen zurück... Bei... Mewes Age. Wir müssen den Konvoi ins Visier nehmen. Soll ich reinschießen? Ups! Ich habe ihn verfehlt, Mörk! Oh! Okay, was genau... Okay, der Motor. Gut. Ja, wo kommen sie? Ich glaube, wir haben getroffen. Du musst da runter. Aha. Lag jetzt nie... Okay, vielleicht hätte ich dir doch Waffen mitnehmen können. Wenn ja, dann... Warte mal, den nehme ich mit. Kann ich nicht, ja? Ja, Aua. Na gut. Vermisst. Zu spät. Sie wissen jetzt, wo du bist. Weil ich das so lange gebraucht. Weil ich die Waffen mitnehmen wollte. Bewegung! Bewegung! Oha! Hoppala! Los, los, los! Das war wohl zu tief. Okay. Muss also jetzt irgendeinen Weg hier runter finden. Zack. Ja gut. Ja gut. Äh... Da habe ich mich wohl... Ich habe vergessen, dass man die Waffen auch aufheben kann dann. Ja. Ja. Einmal drüber geflogen. Na gut. Nicht... Ach! Zu weit. Ich hätte mir das alles so einfach machen können. Nur ich habe nicht... Ich habe irgendwie versäumt immer die... Hoppala! Ich habe immer versäumt die Waffen mitzunehmen. Shit! Waffe war leer. Ja. Zack! Ich hätte mir das echt so einfach... Ich hätte mir das echt so einfach... Ich habe es mir wirklich schwerer gemacht... ... als es ist. Oh Mann! Ja... Da, nächste Waffe... Alter! Ich habe mir das unnötig schwer ge... Unglaublich! Naja. Jetzt ist es so, wir sind trotzdem so weit gekommen. Kann ich auch. Nettes Gewehr. So. Oh, meine Güte. Ja. Egal. Kate. Kate. Faith? Ruhig. Effi, Wahnsinn, was du alles für mich getan hast. Das war ich dir schuldig, Kate. Nimm das, das ist Merk, er ist dein Freund. Er wird dich hier wegführen. Ich lenke die Cops ab und komm später nach, okay? Oha. Oh, nicht geht das gut. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, nein. Mark. Ich konnte sie nicht stoppen. Sie haben Kate. Aber ein paar der Penner habe ich erwischt. Wo sind sie hin? Sie haben etwas erwähnt. Die Scherbe. Beim Bürgermeister? Ja. Shit, Merk, ich hole jemanden. Einen Arzt. Das bringt doch nichts für ihn. Es tut mir leid, Merk. Es tut mir leid. Nein, nichts bereuen. Aber lass sie nicht gewinnen. Es tut mir leid, Merk. Versprochen. Danke, klar. Oha. Jetzt haben wir auch keinen mehr, der uns leiten kann, ne? Die Scherbe. Hier bin ich schon mal falsch. Gut. Ich muss irgendwie da hoch. Da komme ich so nicht her. Oha. Okay, hier ist noch nichts. Aber das müssten wir auch eigentlich... Genau, hier rüber kommen. Perfekt. Ja. Was war das denn jetzt? Will ich jetzt... Ich bin vom Rohr runtergefallen. Scheiße. Na gut, nochmal hoch. Epp. Na gut. Na gut. Dann drehen wir erstmal hier dran. Okay, ich hätte wegrennen sollen. Das muss allen doch auch gesagt werden. Ich bin die ganze Tür weggesprengt. Mist, bin ich hingekommen. Okay. Dann holen wir uns den. Shit, Waffeljahr. Boah, Alter. Okay, wir müssen erst runter durch, weil der Typ da hinten knallt und sonst eiskalt ab. Das Kerl. Boah, sie hat die Waffe hingeschmissen. Boah, da ist noch Mulsion drin. Hehehe. Bewego, bewego. Shit. Stirb. Danke. Hehehe, wo muss ich eigentlich hin? So, ich nehme jetzt einfach die Waffe. Ja, ich hätte mir vieles echt einfacher machen können, als hätte sie die Waffe mitgeschmissen. Freue ich doch noch. Die Sicherheitsfirma Pirandello Kruger wurde autorisiert, bis zur erneuten Verhaftung von Kate Connors weitere Einheiten hinzuzuziehen. Es gibt Gerüchte, dass die vermisste Verdächtige aus dem Mordfall Robert Hope Connors zur Flucht verholfen hat. Gute Arbeit. Durchsuchen. Erschießen Sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind vom PK Pirandello Kruger. Privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Mord an Pope. Hat sich rausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Rope Burn? Ja. Sie hatten Recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Pope's Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach! Gehen Sie! Jetzt! Wieso... Wieso traue ich dem Typ wohl nicht? Ja sicher. Ja sicher. Alter! Er hätte unter welch eine Waffe mitgeben können. Ah Mist! Nein! Waffe mitnehmen! Scheiße leergeballert. Na gut. Gehen wir erstmal hoch. Aua! Da! Da! Zeitlupe! Nehme ich die Waffe erstmal mit! Zeitlupe! Der hat... Zack! Die Waffe. Zeitlupe! Jetzt nicht! pursuing eine Waffe. Das ist eine Waffe. Waffe. Das ist eine Waffe. Töne Zwergungen. Die Waffe! Ah, du. Und wo kommt? Kommt er? Scheiße, leer. Auch leer. Verdammt. Mist. Da ist sie. Mist. 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 Okay, die Waffe ist leer. Mist. 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 abel Boah, hallo? Ey, wie scheiße ist das denn? Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Heute war es das erste Mal. Und ich sage mal, bis dann und ciao.